Herr Eschke, haben Sie noch irgendein Relikt aus dieser Zeit? Haben Sie ein Care-Paket? Ich habe ein Care-Paket, ein Mini-Care-Paket. Glauben Sie nicht? Hier. Ist es gut zu sehen? Und zwar, jetzt werden Sie wahrscheinlich wissen wollen, woher. Ja, da steht Ernährungssicherung, Gesundheitsversorgung, Gemeinwesenentwicklung, Nothilfe-Wiederaufbau. Das bekamen wir, also unter wir verstehe ich Journalisten, ich habe ja für Radio Prag Reportagen gemacht. Und da war ich auch bei der ILA gewesen. Das ist die internationale Luftfahrtshow. Und bei einer Pressekonferenz, bei jeder Pressekonferenz, bekommen dann die Journalisten so ein kleines Paketchen mit Pressematerial und meistens einen obligaten Kugelschreiber. Und da war auch einmal zur Erinnerung an die Luftbrückenzeit dieses Care-Paket drinnen, das ich dann, da ich ja nichts wegwerfen kann, Gott sei Dank, aufgehoben habe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.